sind ja die Klinik voll durchgehen wenig Spaß so und kommen kommen ja das ist gut das ist gut aber ich glaube ich will es anders rum haben ich überlege gerade ob ich es so lassen soll oder nicht ich lasse es einfach so ich wollte hier einfach weiter bohren Steinchen, ja genau hier haben wir Stein und Holz dann können wir den Inventar wieder voll tun wir das weg, das weg Gerotten können wir auch noch da lassen im Inventar falls wir noch Hunger her bin haben wir sowieso glaube ich nicht ich zweifle dran so pam 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 da 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 so ich habe keine Treppen mehr oh schräg schräg drei nein Spaß so wir müssen weiter machen hier mit Birkenholz und die Musik wiederholt sich die ganze Zeit in meinem Let's Play aber ist ja nicht schlimm die Musik ist cool und da machte mir ihre Laune die Schweine ich muss bald Farmen bauen damit wir weiter kommen warum redet ihr so geschwollen was mach ich da ja so Steinstufe habe ich hier Holz ne Holzwert ich kann von lesen Holzwert steht nach Holzsteinschwert habe ich noch ich habe hier so einen kleinen Plan jetzt so pam hier runter hier runter ähm rausch hier so super pam da kommen wir davon voll viele so mal gucken wie das aussieht ja es geht eigentlich sieht nicht schlecht aus ah warte da habe ich hier in diesem Block dann habe ich noch so ne kleine Idee ja ich habe grad viele Ideen das fing aber doch alles gleich gemacht dann machen wir hier nochmal auf da auf da auf ich glaube wir kommen wir geht auf Kohle da bin ich mir ganz sicher gerade so hier nochmal frei da frei ich brauche bald ein Eisenspitze Stein gibt mir auf die Nerven nein ich fand nicht an zu schicken so hier hm pam pam Flotterstein ja ähm die erfahrung die erfahrung habe ich jetzt nur freigeschaltet ne also und er ah ich wollte da was ansprechen und zwar kommentiert ne wir haben so was angefangen ich hab schon von erzählt gehört ne und so und ja das hat Spaß gemacht auf jeden Fall hm ja was kann schon reden ähm na ma 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 ähm sind wir grad kein Thema in so griffig was ich grad sagen könnte reden wir einfach mal hier über mein Kraft jetzt noch ne ähm also ich finde das Spiel macht es Spaß für sein Geld ja ich weiß nicht ob es sich lohnt ja vielleicht schon also für mich hat es auf jeden Fall gelohnt Minecraft zu kaufen Premium natürlich der hat glaube ich noch mit 200 Euro kostet jetzt ich glaub ich bin seit Minecraft dabei seit äh 166 Beta natürlich und ja ich hab früher immer Demo gespielt auf meinen alten Rechner da ähm weil ich hatte so Schiss ich boah Leute ich kann nur sagen ich hatte in der Demo Schiss als es dunkel war und die Monster waren aus das Schreckliche war noch dass äh ich vor Tinten diese Tinten für die Angst hatte ne ich hab echt in die Hose geschissen ich hab mir als mir das mal früher noch angehört hat ne dass ich da noch so gespielt hab hab ich so ach du scheiße wie kann ich so nur gespielt haben so mir ist so kurz so ohhhh zu mich da mit macht so da ich kann mich was den Kommentar nennen ähm aber schon falsch hab ich wusste es Kohle Kohle aber nur eine Kohle 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 aber nur eine Kohle so wo kann man hier denn rein ach ist ja schön ist ja grad so nebenan weil hier kann nämlich gleich was hoch was Gutes ziehen wo ein Monster reinkommt mach ich lieber kurz zu weil hier wird was Schönes reinkommen ok ich darf ja nicht weiter bauen da kommt eh ne Mauer hin von naher mach ich mal ja wir machen Stack mach ich mal die Mauer hier kurz hier damit wir nicht durcheinander kommen so hier nochmal kurz so einen kleinen Balken das ersetzen wir dann auch mal also der Bergrück ist auf jeden Fall uns und ähm ja Spaß gehört auch dazu oh spürt auf einmal Queenie oder wie auch wenn das Lied heißt ist so geil findet ihr das auch? ich schon hier nicht doch also ich schon auf jeden Fall ich rede mir grad selber ich weiß äh das mal weg dann kommt hier mal so ein Unstuhl vor nach unten pam 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 ach ich bin soweit scheiße ich muss aber auch von befeuert und von mir war eine Buhl-Reiter-Hauschers-Kamok da das mache ich jetzt einfach mit Blöcken so Blöcke auswählen zack 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 und zack hier setzen so ja die Bude wird das ein echt was weil sie nicht so reinfällt das Lichtchen ne das Problem weil ja ich weiß hinten sieht man es jetzt aber egal äh manchmal das müssen wir jetzt so machen fertig können wir hier hinten noch was hm noch so machen hier muss man noch so liegen ob ich hier was im Bau ja ich mach mal kurz zwei Schilder da brauche ich noch was vor so nochmal hier zwei Sticks das ist ja auch haltet die Sticks und gerade so nach drei Reifen das gibt es schon mit drauf und mit drauf so ja war schon mal verstanden Schildstörungen hier das steht oder kurzstrecke die Leute Prozent ich muss schon wie die vom Schild so Prozent 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 im ach Gott ich dachte schon pam 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 dann da 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 dann dann Alter hier weg damit so wamwam weg äh das weg das weg das muss ja bis hier vorne hin rar gehen so so sie lassen und dann wird es die Augenblick oder sollst du lassen ich kann es bei den Kommentaren in die Kommens und in den kleinen Weltkimmer was hinschreiben und da steht der Moment dahinter okay dann ich hab's gefolgt das war der Aufsinnung zu dürfen jetzt hier ich höre es mal kurz die Office mit aufnehmen und ähm ja mit diesem Lied verabschiede ich mich auch wir setzen sie uns auf die Bank und dem der Schild dies bisschen weg guck man kann noch mein Kopf sehen ja ich kann es abholzen um ihn zu sehen haha ich bin so gut ja auch kurz für den Jahren so und der so verabschiede ich mich jetzt hier bei Let's Play Minecraft um ich guck mal ob ich jetzt alles geredet bekomme und ja dann sehen wir es beim nächsten Mal bleib dann gehabt und bis zum ja nächstes Mal ich wiederholke mich so oft ja scheiße ich würde noch was nachgucken Monstrinnen naja gut dann sind wir es auch beim nächsten Mal in irgendeinem Video kommt man den Conquer kommt davon und ja auf